Provence Rosé liegt im Trend. Die feinfruchtige und elegante Art bei gleichzeitiger Kraft machen die Weine so beliebt. Außerdem sind sie ja auch perfekte Speisebegleiter. Der Venus Rosé von Pinchinon vertritt all diese Attribute perfekt und ist ein Wein, der ausgezeichnet zum gegrillten Lachs, zu Röstgemüse, Ratatouille oder Antipasti passt. Natürlich schmeckt er auch einfach so an einem sonnigen Tag auf der Terrasse bestens.